Herzlich Willkommen zu diesem kleinen kurzen Video heute am Silvesterabend oder Nachtmorgen, wie auch immer. Und ja, ich möchte kurz darauf eingehen, was ich denn das Jahr jetzt alles gemacht habe und was ich das nächste Jahr vorhabe und so. Also so, wie es eigentlich wahrscheinlich fast jeder macht. Ja, also das Jahr hatte natürlich viele spannende, gute wie auch schlechte Momente. Es gab viele Probleme mit Aufnahmen, Sounds etc. Ja, trotzdem hat es mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt auch gerne mal in die Comments schreiben, ob es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen. Was ich meiner, eurer Meinung nach besser machen kann nächstes Jahr. Und ja, ich möchte noch so ein grobes Video über meinen Kanal und so nach einigen Jahren mal machen. Aber das kommt natürlich erst, nachdem es auch wirklich ein Jahr ist. Also das hat noch ein paar Tage Zeit. Und ja, trotzdem möchte ich mir da schon ein bisschen Infos darüber aushauen, was ich denn nächstes Jahr alles vorhabe. Und zwar möchte ich neue Projekte machen. Ich möchte viel mit Adventure Maps machen, also zum Teil selber bauen, neue spielen und so. Also ich möchte ein bisschen wegkommen von diesen Server Games und so. Möchte ich zwar auch noch machen, aber das war jetzt am Ende einfach zu viel. Und ja. Ganz kurz möchte ich auch natürlich noch auf den Uploadplan eingehen. Es kommt jetzt die nächsten Tage dann nochmal ein Video zu meinem Kanal. Ja, Start, Dingsbums. Aber dann wird es auch wieder komplett geregelt laufen, also wirklich wieder jeden dritten Tag ein Video. Wie man es gewohnt ist, einfach weil es für mich zu viel war jetzt im Dezember und weil ich so das Gefühl habe, dass es jeden Tag auch nicht so gut ankommt. Also ihr könnt es mal gerne noch zu einem Kommentar unten da drunter schreiben, dazu schreiben, wie auch immer. Ob das schön war, dass jeden Tag ein Video kam, ob das eher langweilig war, mich jeden Tag zu hören oder wie auch immer. Und ja, aber genaueres hört ihr dann alles im nächsten Video. Das soll es auch jetzt mit diesem kleinen kurzen Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.